Differenzial und Reduktion 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 Differenzial 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 Umgeschaltet auf den ersten Gang, weil jetzt geht es hier ungefähr 12%, 14% hoch. Allrad getrieben, 14% Steigung. Jetzt wird es ein bisschen holperig. So, jetzt ist es nur noch 8%. Wenn wir hier nicht sterben, dann wird es nicht mehr morgens. Aha! 30 Meter Seil Ölwinde Transkarpathische Bäume Die haben eine Länge eine Höhe Das ist ein Hammer So, nächste Station Der dreht jetzt um Schaut mal die Achsverschiebungen Das ist schon Hammer Der Eigentümer Mein Freund hat vor neun Jahren den Wagen eben als Benziner gekauft So wendet man hier Vor neun Jahren als Benziner eben gekauft Ohne Kipper Kipper ist halt verkauft worden mit wenig Kilometern eben direkt aus der Armee und hat dann selbst den Kipper drauf gemacht wird die ganze Gasanlage eingebaut Das ist die Gegend wo wir jetzt sind hier Ich weiß nicht auf welcher Höhe wir uns befinden in Transkarpathischen Bergen Diese steilen Hänge kann man überhaupt nicht wiedergeben und die Straße wird jede andere als trockener Bachlauf bezeichnen die wir hierher gekommen sind Einfach genial das ist genial